Willkommen im thailändischen Paradies. Faszinierende Traumstrände, unberührte Natur, luxuriöse Boutique-Hotels. Ja, ist aber schwer. Die Wirklichkeit ist leider anders als die Realität. Trash, trash, trash. Wärmt euch mal auf. Einfacher zu verstehen als die Relativitätstheorie und trotzdem kein Nobelpreis. Willkommen bei den Reality-Stars. Tessa ist jetzt komplett safe. Weil Eleanor hat einen neuen Feind hier in der Saala. Hallo, Bitches. Ja, logisch muss ich bei ihr kotzen. Also dieser Augenblick. Ich bin hier in der Hölle angekommen. Die Menschheit draußen erwartet natürlich von mir, dass ich sie rauswerfe. Dann helfe ich dir dabei. Okay, jetzt bin ich im Trash-TV angekommen. So schnell landet man in der Wirklichkeit. Wer ist der Trash? Oh, scheiße. Oh, ho, 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 ho. Frag nicht, wer gilt das? Ich weiß es nicht. Ein Itke wiegt 61 Kilo und trinkt ein Kilo Schminke. In der dritten Stunde der Wahrheit müssen direkt zwei Reality-Stars gehen. Ich glaube, andere müssen heute zittern. Verabschiede dich jetzt von der Gruppe. quiero zu sagen. Ja. Ich denke.